Ja und somit herzlich willkommen zurück zu Rackfest, es geht weiter mit dem Demolieren. Ich habe zwischendurch noch ein bisschen gespielt und Punkte gesammelt und diesmal auch die manuelle Gangschaltung was probiert. Funktioniert eigentlich ganz gut hier mit dem Gamepad, aber trotzdem ein bisschen schwieriger zu konzentrieren und das alles richtig zu machen. Aber wir fahren jetzt hier mal weiter mit dem Sandgrubenknallfestival Sandpits Magfest. Ein Gang illegaler Rennfahrer hat dich zur Teilnahme an einer Demolierungsrennserie im amerikanischen Format eingeladen. Dieses führt dich an verschiedenen Sandgruben Schauplätze und bietet rasante Rennaction, höllische heftige Crashes, frei nach dem Motto krass fahren, zuletzt sterben. Für den Matiker wäre hier zugelassen, aber auch die zwei hier, deshalb würde ich sagen, nehmen wir heute mal den Rammer RS. Drei Runden, 16 Startplätze, verursachen mindestens 1000 Schaden. Sollte mit diesem Fahrzeug eigentlich nicht so eine schwierige Sache sein. Oh shit, ich muss jetzt selber schalten und schon habe ich es vergessen, denn das Fahrzeug ist ja ziemlich stark. Und ich habe es ja ausgelegt auf Rahmen. Jungs, es geht rechts lang. Nur, dass ich jetzt selber schalten muss, vergesse ich glaube ich manchmal ein bisschen. Aber ich versuche mein Bestes, das Ganze hier richtig zu machen. Zumindest habe ich ein bisschen mehr Kontrolle darüber. Was passiert? Das Auto hat zumindest ziemlich viel Gewicht, wie es scheint. Ich bin ja damit noch nicht ganz so viel gefahren. Aber es sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Nur mich selber rausschiessen sollte ich nicht. Gut, der Hai stört ziemlich. Fuck. Ich dachte, den könnte ich noch erwischen. Ja, das wird wohl halt nichts mehr mit dem 1000 Schaden. Nee. Okay, doof. Wir gehen trotzdem mal weiter. Das, was ich ja nicht schaffen werde, kann ich ja immer noch zwischendurch dann machen. Lass mindestens zwei Gegner rausdrehen. Zwei Gegner rausdrehen, das soll jetzt nicht so das Schwierige sein. Schade. Da hätten wir schon fast den ersten gehabt. Interessante Strecke hier auf jeden Fall. Interessante Strecke hier auf jeden Fall. Ich weiss, ich fahre gerade ziemlich hochtourig, aber wie gesagt, es ist ein bisschen schwieriger, mich hier ausfahren zu konzentrieren und auch das Schaden. Okay, einen haben wir schon mal. Schade. Hat nicht geklappt. Aber vielleicht ja jetzt. In dieser Kurve. Auch nicht. Oder ich werde rausgedreht. Auch nice. Ja, moin, Leute. Da haben wir den zweiten. Oder habe ich es schon geschafft? Ich glaube, ich habe es schon vorhin geschafft, irgendwie. Auf eine Art und Weise. Holy shit. Den habe ich richtig abgeräumt. Okay, der ist auch weg vom Fenster. Da muss eigentlich auf der Platine noch ein bisschen was gehen, damit ich ein paar Punkte kriege. Okay, der ist auch weg vom Fenster. Der ist auch weg vom Fenster. Okay, fünfter. Der Heist halt richtig. Den muss ich wegnehmen. Ich sehe da so wenig. Okay, da wollte ich zu viel. Okay, da wollte ich zu viel. Der ist auch besser. Der ist auch besser. Der sieht ganz gut aus. Auch als dritter würde ich mich zufrieden geben. Den habe ich weggeräumt. I'm sorry. Ja, das, was den Schatten macht, ist schon ein bisschen schwieriger, aber auch eben kontrollierbarer. Damit wir mehr hoch und ruhig fahren, was mehr Grip bedeutet und mehr Geschwindigkeit. Aber diesen Hei hier muss ich entfernen, das geht gar nicht. Aber haben wir geschafft. Auch wenn es gut aussieht. Auch wenn es gut aussieht. Fast Level 19 bald. Es sind mindestens zwei Runden in Führung. Hauptstrecke. Einmal im Bogen herum. Ob ich das schaffen werde? Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Ich höre jetzt hier. Seid im Weg. Ich mache doch Platz. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Das ist eine harte Kurve und das Auto ist schwer, daher schwierig zu nehmen, und wie ich das ganze mit meinen Fingern hier auf dem Gamepad machen soll, I don't know, ist ein bisschen schwierig zu sagen, wahrscheinlich wirke man oder machen das viele anders als ich jetzt hier, weil ich gebe jetzt Gas und schalte mit dem Daumen, also ziemlich kompliziert probiert wahrscheinlich, aber egal, solange es klappt, ist ja gut, auch wenn es nicht so gut klappt, aber das Auto rutscht halt auch sehr, dass es ziemlich schwer ist, mit der ganzen Panzerung und so weiter, aber jetzt läuft es gerade ein bisschen gut eigentlich, aber ich komme näher und da bin ich ziemlich weit rausgerutscht, schlecht, 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 ich muss wieder Zeit aufholen, für eine Runde in Führung ist doch schon mal was, da springe ich zu weit, und das ist schon mal was, da kommt nicht dran, çev letzten Meter vor... also es reicht das? No, er kommt immer näher. Fuck. Es könnte schwierig werden, das zu behalten, um die Punkte einzusacken. Vor allem diese Kurve hier ist doof. Und er ist direkt hinter mir. Und da komme ich wieder ziemlich weit raus. Nein, bleib hinter mir. Bitte bleib hinter mir. Bitte bleib hinter mir. Ich muss das als erstes schaffen. Okay, das Ziel habe ich erreicht. Das ist gut. Trotzdem möchte ich als erster ins Ziel kommen. Komm, 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 komm. Okay. Gut. Das war knapp. Alter. Beende das Rennen als erstes, also auf Position 1. Drei Runden wieder. Let's go. Zumindest am Start bin ich eigentlich ziemlich schnell weit vornehm. Was gut ist. Ja, dreh den mal weg. Haut euch mal weg, genau. Okay, da kann man nämlich ziemlich viel Gas durch. 120 Kamer. Da habe ich die Kurve falsch eingeschätzt. Ich dachte, die wäre enger. Okay, das Schaden funktioniert ja doch eigentlich ganz okay. Das ist ja nicht meine Meisterleistung, aber... Ich glaube, mit dem Lenkrad wird das noch schlimmer aussehen. Schön in den Sonnenuntergang. Schön in den Sonnenuntergang. Vergleich muss ich da wahrscheinlich ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht irgendwelche Leute wegran, oder sie mich wegran, oder sie mich. Ja, da passiert schon was. Und ich habe es gesagt. Junge, ich habe es dir jetzt zu acht und dann passiert. Okay, was war das? Schön in den Banden drücken. Okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen Abstand. Sieht gut aus. Die Kurve habe ich zuerst falsch eingeschätzt, aber jetzt ging es gut. Wieder über die Ziellinie. Erste Runde von... bis jetzt. Okay, diesmal muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Wenn ich da Punkte sehe, muss ich halt abbremsen. Kommen sie halt wieder an mich ran. Aber besser als... Irgendwie hat sich da hinten jemand ganz verfranzet, wie es aussieht. Ah ne, das ist wahrscheinlich einfach der letzte. Ich glaube, das sollte ich es schaffen, auf der ersten Position hier zu halten. Na, das ist wahr. Ja, das ist wahr. Das sieht so bescheuert aus. Kreuzbars, Tagesziel erreicht, in Position 1, erster Platz, aber 3 von 4 Bonus Zielen. Das geht noch besser. Aber ich würde sagen das wars mit dieser Folge von Wreckfest. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.